hallo lieber zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von film talk des grauens heute machen wir mal eine neue baustelle auf und widmen uns dem thema nansploitation dabei handelt es sich um filme die im kern auf einer sensations lüsternden darstellung sadistischer folterungen und oder sexuelle ausschweifungen vor einem kirchlich religiösen hintergrund basieren als ersten vertreter dieses genres haben wir uns jess frankos film liebesbriefe einer portugiesischen nonne aus dem jahr 1977 ausgesucht die handlung spielt um 1600 noch was und dreht sich um ein junges mädchen namens marie die trotz ihrer unschuld kirchlichen würdenträgern in die hände fällt und in einen nonnenkloster verschleppt wird wo sie dann brutalstem missbrauch psychischer wie körperlicher natur ausgesetzt ist und der film zeigt in ja eskalierender weise ihren leidensweg der sich von da an entfaltet nach dieser kurzen inhaltsbeschreibung möchtest du vielleicht deine ersten eindrücke schildern vom film ja gerne also ich war beim schauen leicht euphorisch da der film einen sehr detail verliebten charakter hat ich denke da vor allem an die anfangsszene als marie ihre ankunft gezeigt wird vor der versammelten belegschaft der nonnen und von einer ober nonne eingehend untersucht wird es wird nicht festgestellt ob sie krank oder ähnliches ist sondern es wird lediglich überprüft ob sie wirklich so keusch ist und hier ist es natürlich sehr unangenehm sie muss dann auch ihre beine spreizen und die ober nonne greift ihr dann mit den händen auch ans jungfernhäutchen um wirklich festzustellen ob es da ist und unbeschädigt ist es gibt eben die stoßrichtung des films vor dass sie sich zahlreichen demütigungen aussetzen muss es wird auch deutlich bei der sich anschließenden szene nachdem sie die marie vor allem eben gedemütigt worden ist sich dem priester der sie ins kloster verschleppt hat sich öffnen soll indem sie eine beichte ablegt in dieser beichte soll sie von ihren schandtaten berichten die natürlich überhaupt nicht existent sind weil sie halt die unschuldigste figur in dem ganzen film sie deutet in träumen kleine also er zwingt sie eigentlich sich richtig was aus den fingern zu saugen deshalb muss sie auf ihre träume mal unkeuschen träume ausweichen wo sie und der priester der der einzige mann in diesem kloster ist ist natürlich ganz genau wissen und zwingt das arme mädchen zu immer neuen schilderungen beziehungsweise immer expliziteren schilderungen sie eigentlich gar nicht machen kann und der priester geilt sich so daran auf dass er die messe die gerade stattfindet stört durch sein stöhn was schon leicht in ein grunzen übergeht und das war auf jeden fall sehr viel moment und da fängt man auch schon an den film ins herz zu schließen weil film der so offensichtlich eine freude daran hat diese perversen spiele zu zeigen das muss man einfach feiern und bei diesen anfänglichen übergrifflichkeiten bleibt es natürlich nicht sondern das ist dann im verlauf so dass sich das immer extremer entwickelt und unsere heldin irgendwann zum regelrechten spielball sadistische lustorgien in diesem kloster wird und um diesen missbrauch zu rationalisieren indem sie da ausgesetzt wird es ist es so dass quasi in ihrer in ihrer vorstellungswelt diese dieses leiden sich so darstellt dass die opfer ein einer ja wie einer satanistischen verschwörung ist also dass das alles teufels anbieterinnen sind die nonnen und sie dann da quasi dem teufel opfern und da sieht quasi der also da ihre ihr frommer unschuldiger charakter verarbeitet deshalb auf diese art und weise und das ist dann letzten endes auch der auslöser dafür dass sie eine initiative ergreift sich aus dieser gefangenschaft zu befreien und aus dem kloster zu fliehen wer sie nämlich ihre peiniger als kätzer mehr oder weniger anzeigen will bei der inquisition die zu dieser zeit noch sehr einflussreich sehr aktiv ist aber deren macht auch schon ihren manchen szenen angedeutet wird ein bisschen zu bröckeln beginnt weil es mittlerweile auch schon hinterfragt wird diese ganzen hexenverbrennung und so die da stattfinden und ja sie begibt sich dann auf den fluchtweg und muss dann natürlich leider die erfahrung machen dass die leute außerhalb des klosters ein völlig unbedingten glauben haben an die autorität der kirche und und der kirchlichen würdenträger sie versucht ja dann bei ihrer flucht den magistraten ausfindig zu machen den sie auch findet und wird eigentlich als positiver charakter eingeführt man denkt die figur hat eine wirkliche chance diesen maturium zu entkommen und dieser gutgläubig wirkende mann liefert sie quasi genau wieder zu ihren peinigern oder ihren peinigern aus und sie ist genau wieder am anfang los dass es jetzt noch schlimmer wird für sie nach dieser rückkehr in den schoß der gemeinde merken die peiniger dass die luft langsam für sie eng wird in dem sinne dass marie als stören frieden durchaus dafür sorgen könnte dass sie für ihre machetaten angezeigt werden also beginnen sie ihren plan zu schmieden sich ihrer zu entledigen und beauftragen ihre bekannten von der inquisition ja sie sie quasi auf ketzerische intention hin zu untersuchen so man im grunde genommen gleich zu setzen ist mit einem tod bezogenen todesurteil er suchen nach einer offiziellen variante um marie dem untergang weinen zu können ein tribunal vor den inquisitoren findet statt oder beziehungsweise das tribunal mit den inquisitoren dort wird sie natürlich sehr schnell zum tode verurteilt gleichzeitig ist sie aber so eisern in ihrer anklagenden haltung gegenüber ihren peinigern aus dem kloster dass die inquisitoren obwohl sie sie zum tode verurteilt haben als hexe quasi als hexe bezeichnet haben zum tode auf dem scheiterhaufen verurteilt haben haben trotzdem noch einen zweiten prozess starten wollen in deren die in der die peiniger sich dementsprechend verantworten müssen oder räder und antwort stehen müssen auch eine witzige szene weil die sind natürlich völlig erschrocken und außer sich wie das sein kann dass ihre kirchlichen bodies jetzt auf einmal sagen ja okay ihr müsst euch ja auch noch verantworten und die dann so beschwichtigend also so betont beschwichtigend sagen ja das ist doch eh nicht ernst zu nehmen ihr braucht ja nur ihr braucht ja nur ihre unterschrift von wegen dass sie die anklagen zurückzieht die inquisitoren wischen das mit der handbewegung so mehr oder minder weg so zeigt halt sehr schön diese hysterie auch mit einer gewissen ja mit so einer ironischen lust wie sich quasi diese revolution der gerechtigkeit zu ihrer eigenen kinder frisst ja das ist halt ein schöner moment so und naja letzten endes ist sie dann quasi noch mal richtigen folterung auf der streckbank und so ausgesetzt weil sie sich halt partout weigert diese anklage zurückzuziehen und ihre unterschrift runterzusetzen und schließt sich einfach daran an die folterung dienen nicht dazu aus ihr noch irgendwelche geständnisse rauszulocken sondern nur dass sie eben diese unterschrift und das dokument macht um quasi zu sagen meine peiniger sind absolut tolle menschen gewesen die nichts falsch gemacht haben deren verhalten einwandfrei war das ist quasi die absolute negation der ganzen sadistischen sadistischen folterung in dem film dass man hier quasi also noch also die totale wie sag mal so die negation der negation ja hier sozusagen noch sagt dass sie dass sie ein positives fazit aus dem unrecht ziehen soll was sie was ihr widerfahren ist und man merkt im verlauf des films also spätestens mit ihren fluchtversuch dass sie eine kämpferische ade an sich hat obwohl sie sich halt vielen grausamkeiten eben aussetzen muss und hier merkt man eben ihre eiserne haltung aber es resultiert ja witzigerweise auch wiederum alles nur aus ihrer frömmigkeit weil sie wehrt sich ja eigentlich nur gegen die wer sie dann in ihren geist quasi deutlich verankert hat dass das quasi dass die gottlos sind aber nicht weil sie ihre macht ausgenutzt haben primär und sie halt vollkommen sadistisch unterdrückt haben ohne jeden grund sondern einfach nur weil sie es quasi aus einer aus einer satanistischen motivation heraus getan haben was halt sehr schön diesen hat diese engelsgleiche unschuld auch die darstellerin ist im übrigen sehr jung noch gewesen ich glaube 16 jahre alt war die im film denke ich so 16 sein aber wirklich 16 oder 17 die schauspielerin und wirkt halt wirklich wie sind wie so eine kindfrau kann man sagen und es ist halt eigentlich so ein charakter der so ein bisschen erinnert an ja so charaktere aus des hart geschichten sowie justin zum beispiel der quasi durch die hölle gejagt wird aber eben nicht auf die seite der peiniger konvertiert sondern sich bis zum ende was wir hier nicht verraten wollen ihre ihre unschuld und ihre reinheit quasi beibehält und obwohl wir jetzt ein sehr düsteres bild aufzeigen oder der weg wirklich ein leidensweg ist für unsere marie scheint der film doch gegen ende eine hoffnungsvolle note zu entwickeln so viel wollen wir sagen aber nicht mehr verraten wie würdest du allgemein ja also was würdest du allgemein über den film sagen so als als fazit oder keine ahnung also für mich war der film ein absoluter quell der freude weil wir haben einerseits die sehr expliziten darstellungen also die sliessmomente sind absolut da es wird unverhohlen die sadistischen spiele und ähnliches eben gezeigt gleichzeitig hat der film dann doch auf der inhaltlichen ebene so eine kirchenkritik die im verlauf sich immer wieder äußert in der einerseits die stellung der kirche hinterfragt wird und auch die vertreter aus dieser kirche mit ihrem handeln dementsprechend kritisch beäugt werden eigentlich für die gesamte religiöse welt in dem film gezeigt als eine institution die einfach nur darauf basiert macht zu missbrauchen beziehungsweise ein einer wie sagt man so ein etwas vorzugaukeln eine ja also wie du das meintest dieses vorgaukeln also es ist so als werde schon so installiert als gigantisches machtinstrument was quasi schwächere ausbeuten kann nicht als wäre es später quasi korrumpiert worden sondern als wäre dieses ganze system an sich quasi eine ausbeutungskonstrukt und was du mit ausbeutung meint ist am anfang des films wird der marie verschleppt vor dieser szene ist ja so dass der zuchtmeister der sie der priester der haben sie ins kloster bringt haben sie entdeckt wie sie mit ihrem freund haben so unschuldig im wald ein bisschen hin und her herum toll so ein bisschen fange spielt und er das mit steinharter mine beobachter spieler ist so genial schon der moment wo er dahinter am baum steht du siehst quasi nur ich meine das ist völlig unschuldig die ja die albern halt wirklich nur herum so und wie wirklich dieses grabsteingesicht so hinterm baum und diese völlig steinharte mine und völlige empörung entsetzen und erschütterung und zu dem zeitpunkt denkt man auch noch wirklich der ist davon wirklich betroffen ja später stellt sich dann heraus dass das natürlich auch nur eine maskerade ist und man merkt dass die maskerade der aufrichtigkeit zu verrutschen beginnt in der der aufgebrachte priester das mädchen von ihrem freund entreißt und sie zu dem haus in dem sie wohnt schleppt und die mutter zur rede stellt so ihre tochter ist das letzte wir müssen sie auf den richtigen weg bringen und richtig schön den wein da weg säuft und so können aber voll bescheiden gibt aber eigentlich sich da so richtig wie so ein schwein breit macht ja und dann geht es darum zu sagen das mädchen muss unbedingt das kloster und die mutter her würden ja und alles und dann wird natürlich gesagt können sie denn auch ein bisschen geld locker machen um diesen aufenthalt im kloster zu finanzieren ja ich kann ein bisschen geld die sind bettelarm muss man ja ich kann ja ich gebe ihnen was ich habe bietet dann eine kleine geld summe die sie sich wahrscheinlich über dekaden mühevoll angespart hat an und er dann so wischt es so lapidar weg so mit so einer geste ja es zeigt zumindest so einen guten willen also er macht ihr noch ein schlechtes gewissen aber erstmals sagt sagt ihr das kann ja wohl nicht alles sein und zwingt sie dann wirklich alles was sie erspart hat zu opfern und dann zu sagen das ist ja eigentlich noch viel zu wenig weil das ist ja so eine so eine anstalt wo quasi nur die bestbetuchten und so reinkommen natürlich alles völliger schwachsinn das ist halt so krass nur diese totale diese diese macht auch in dem punkt wie man leuten quasi dieses schlechte gewissen einredet auch bei ihr selbst und sie fühlt sich ja schon am anfang selber so ein bisschen als er sie dann zur rechenschaft zieht in dem wald wo sie damit ihren freund so ein bisschen gespielt hatte hat sie zweifelt sie ja selber schon an sich und späteren szenen nimmt es doch auf und auch in späteren szenen wo sie dann im kloster halt schon sehr sehr zu leiden hat und dann ihr freund sogar mal da einbricht und sie quasi befreien will stößt sie ihn ja noch weg weil sie meint dass es wirklich nur für ihr bestes wo sich für sie noch nicht deutlich herausgestellt hat dass sie hier ein spiel bei teuflischer mächte sozusagen ist es ist halt einfach krass wie die figuren in dem film halt diese totale autoritätsführigkeit haben die sie erst zu opfern machen und was auch hilft ist auf einer formalen ebene dass der film eben in der visuellen darstellung opulent ist also er authentische kulissen zeigt und sehr schöne bildkomposition genau also wie figuren im raum oder ausleuchtung auch ja wie die figuren angeordnet sind der soundtrack macht natürlich auch einiges her der klassische musik mit modernen melodien verbindet und das zusammen ergibt eben also die haben sich da wirklich nicht lumpen lassen genau das ergibt eben eine unwiderstehliche mischung dass man einerseits dies elemente hat kritik elemente und dann eben noch diese visuelle komponente stimmt das macht dann einfach so viel spaß ja so wie edel dies irgendwie dafür ist ganz komisch und auch generell für die franko verhältnisse also ich habe noch nie einen film von ihm gesehen der hat so edel aussieht die meisten schon eher schmuttlich bis einigermaßen formal ansprechend aber das war definitiv der bestaussehendste ich würde dich vielleicht noch fragen also wie es dir geht mit diesem mittelalter setting wie dir so generell sagt dir sowas zu oder es ist eher für dich so eine weil für mich ist es meistens so bei diesen historischen filmen das kommt eben drauf an also ich liebe natürlich so filme wie der name der rose oder ähnliches was natürlich dann ja so ein a-list film ist aber auch nicht so unweit davon weg nicht so unweit davon weg aber wie ist dir damit gegangen ja also ich sag mal so also so bei diesen exploitation film mag ich das eigentlich eher nicht so dass historische settings drin sind aus irgendeinem grund mag ich dann ja so diese neuzeitlichen sachen deshalb habe ich auch bisher tatsächlich bis zu diesem film jetzt noch kein vertreter dieses genres überhaupt geguckt also nansportation wo ich den film dann jetzt gesehen habe hat es mir auf einmal total zugesagt weil halt gerade in dieser historischen aus leuchtung dieser dynamik von machtmissbrauch ist natürlich so ein krass wahrer kern den man halt kennt dass das ganze erstens authentischer wirkt und zweitens kann man das natürlich noch ins maßlose steigern weil eben auch diese strukturelle verfestigung halt wirklich in dieser zeit der fall war dass nicht nur das einzelne individuen waren die diesen missbrauch betrieben haben sondern das ist quasi so ein ja wie so ein bollwerk von unterdrückung war was halt fest installiert war und damit kann man halt eine so eine ja sonst riesigen stoff noch mal so lager wenn live mäßig machen aber trotzdem glaubwürdig also stimme dir zu und ich habe einfach wenn ich es mit einfachen worten ausdrücken will einfach große lust mich weiteren film dieses genres zu widmen das ist auf jeden fall nicht der letzte also in dieser kuhle möchte ich mich auf jeden fall noch suchen und die freuden noch oder weitere freuden kennenlernen freuden und leiden freuden es hängt ja eng miteinander zusammen genau ja also wir sind heute sehr auf den inhalt eingegangen des films aber warum nicht das ende haben wir ja nicht ganz verraten insofern überraschungseffekt sollte noch da sein für diejenigen die ihn noch nicht kennen ja gibt es sonst noch was zu sagen und sich nicht also wenn wir euch neugierig auf den film gemacht haben ist tatsächlich eine deutsch schweizer co-produktion von erwin c dietrich produziert lief auch im kino und der film basiert ja auch auf waren begebenheiten ja es geht da also der film ist tatsächlich basiert auf einer historischen figur die im 17 jahrhundert gelebt hat doch bei es eine lose adaption weil die historische figur so eine affäre gehabt haben mit einem französischen offizier und hat mehrere liebesbriefe geschrieben fünf glaube ich an der zahl aber hier ist es tatsächlich so dass er eine freie adaption ist die historische figur genommen hat und dann eben eine eigene geschichte zu entwickeln ja würde ich sagen war doch mal wieder eine schöne folge und ein schöner startpunkt um sich mit dem ja dann bedanken wir uns und bis zur nächsten sendung